Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die sanierte Dachgeschosswohnung liegt in Wiesbaden Südost. 1960 wurde das Wohnhaus erbaut und 2014 saniert. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 52 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 549 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.